Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur siebten Folge unserer Serie Freunde für Gott gewinnen. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Es geht um dieses Buch, das Themas überschrieben, das Wort Gottes weitergeben. Damit wollen wir uns vorbereiten auf das Bibelgespräch am 15. August. Ich persönlich muss sagen, ich liebe die Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so viele interessante Dinge, die man dort lernen kann, so wunderbar die Stimme Gottes zu einem selbst hören kann. Und wir möchten heute lernen, was das Wort Gottes in unserem Herzen tun kann und möchte und wie wir auch anderen davon erzählen können und sie dazu ermutigen können, dass sie selbst das Wort Gottes für sich persönlich kennenlernen. Und bevor wir damit beginnen, möchten wir natürlich den Heiligen Geist einladen, der dieses Wort inspiriert hat, unsere Gedanken genau auf die Wahrheiten zu lenken, die wir dringend benötigen für uns und für andere. Und deswegen möchten wir gemeinsam mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass dein Wort ein Fundament ist, auf dem man bauen kann. Und dass, wenn wir als Menschen auch schwach sind, du stark bist und dass dein Wort lebensverändernde Kraft hat. Herr, wir danken dir so sehr dafür und möchten dich bitten, dass auch durch das Studium, das wir jetzt gemeinsam haben werden, wenn wir ermutigt werden und noch mehr Freude dabei gewinnen, dein Wort zu studieren und dich kennenzulernen, so wie du bist. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Wir wollen unser Studium beginnen in Jesaja 55 und dort mit einer bekannten Passage in Jesaja 55. Und dort Vers 10 und 11 wird etwas über die Natur des Wortes Gottes gesagt, indem ein Gleichnis oder Gleichnisse aus der Natur zu Rate gezogen werden, hinzugezogen werden. Jesaja 55, ab Vers 10, dort heißt es, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der ist, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott lässt hier durch den Propheten Jesaja uns wissen, was das Wort Gottes bewirken, nicht nur bewirken soll, sondern was es bewirken wird. Er sagt, genauso wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, die Feuchtigkeit, die Gott der Natur schenkt, die dazu führt, dass Pflanzen wachsen können und das Brot und Samen vorhanden ist. Er sagt, genauso ist mein Wort, so wie der Schnee und der Regen vom Himmel kommen und auf dieser Erde etwas bewirken für uns. So kommt das Wort Gottes vom Himmel. Der Regen kann nicht auf die Erde fallen, ohne einen Einfluss zu haben auf die Erde, genauso der Schnee. So ist auch das Wort Gottes niemals einflusslos. Es bewirkt das, wozu es gesandt worden ist und sorgt dafür, dass wir Brot haben, das heißt, dass wir selbst, also geistliches Brot, dass wir selbst ernährt werden durch das Wort Gottes. Wir werden noch über diese Symbole von Brot und Samen mehr nachdenken. Also durch das Wort, das vom Himmel herabgekommen ist, haben wir selbst Brot, wir werden selbst geistlich ernährt und wir haben auch Samen, den wir weitergeben können, der im Leben eines anderen dann aufgehen wird. Wer die Bibel als das Wort Gottes vom Himmel gekommen annimmt, der bekommt geistlich gesehen sowohl Brot als auch Samen. Gott sagt uns hier, das Wort Gottes hat Kraft. Es bewirkt genau das, was sein Inhalt ist. Nun, interessant ist, diese bekannte Passage beginnt mit dem Wort denn. Und wenn ein Abschnitt, ein Vers in der Bibel mit denn beginnt, dann wird ein Grund genannt und man sollte vielleicht auch die Verse vorher in Betracht ziehen. In Vers 8 und 9 heißt es, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dann kommt denn. Und dann wird über das Wort Gottes gesagt. Gottes Wege sind für den Sünder aus sich selbst daraus unbegreiflich. Warum? Weil der Sünder, der in seiner Sünde lebt, in seiner Sünde verharrt, die Kraft Gottes nicht kennt, die in seinem Wort ist. Weil wir diese Kraft nicht aus uns selbst heraus kennen, müssen wir Gott glauben, dass er Gedanken und Pläne hat, die höher sind, als was wir uns ausdenken können. Gott sagt, das kennst du aus deiner persönlichen Erfahrung nicht, was ich tun kann durch dein Wort. Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken und meine Wege sind viel höher. Gott kann Dinge realisieren, die wir vielleicht nicht für möglich halten, aber er hat sie gesprochen und er hat sie nicht nur gesprochen, sondern diese Gedanken. Denn sein Wort, Worte sind ja nichts weiter als ausgesprochene Gedanken. Seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Wir sagen vielleicht Gedanken, aber sind vielleicht nicht mal selbst überzeugt, ob sie stimmen. Wir haben oft erlebt, dass wir Dinge versprochen haben und nicht gehalten haben. Und deswegen denken wir vielleicht, dass Gottes Verheißungen so ähnlich sein können. Aber er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das heißt auch, meine Worte sind nicht wie eure Worte. Während eure Worte gehen und vergehen, bleiben meine Worte. Und obwohl eure Worte oft vielleicht nutzlos sind und sinnlos, sind meine Worte immer voller Kraft. Was sind denn das für Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken? In Jeremia 29 spricht Gott über seine Gedanken, die so viel höher sind als das, was wir uns vorstellen können. Jeremia 29 und dort Vers 11. Denn ich weiß, sagt er, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Vielleicht sind diese Worte gut bekannt. Sie werden gerne zitiert, vor allem Vers 11, dass Gott Gedanken des Friedens und der Zukunft für uns hat. Interessant hier ist, dass Gott in der Begründung, in der Beschreibung dieser Gedanken zurückgreift auf eine Verheißung, die er bereits hatte aufschreiben lassen in 5. Mose 30. Ihr könnt das zu Hause selbst nachlesen. 5. Mose 30, Vers 1 bis 4, vor allem Verse 3 und 4, enthalten genau diese Gedanken hier, die in Verse 13 und 14 enthalten sind. Das ist quasi ein Zitat. Und Gott sagt, ich weiß ja, was ich für Gedanken habe. Die Idee ist also nicht, dass Gott sagt, oh, ihr seid in der Sklaverei oder in dem Exil, ihr seid in Babylon jetzt. Aber ich habe eigentlich noch was in der Hinterhand. Ich habe da noch interessante Ideen über euch, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, aber ich lasse sie euch wissen. Vielleicht haben wir manchmal diesen Vers so verstanden, als ob Gott da noch extra Gedanken hat, von denen wir bisher nichts gewusst haben. Aber das ist nicht, was er sagt, sondern was er sagen möchte. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, denn ich habe sie euch schon längst mitgeteilt. Das, was Jeremia hier sagt, stand schon seit Jahrhunderten in 5. Mose. Und durch den Glauben hätten Israeliten selbst ohne Jeremia diese Ideen Gottes begreifen können, denn sie sind ja schon da gewesen. Gottes Gedanken über uns sind nicht einfach Impulse, so wie wir mal Gedanken haben und sie vielleicht wieder vergessen. Nein, Gottes Gedanken sind zuverlässig und sie äußern sich in seinem Wort. Wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, müssen wir sein Wort studieren. Wir können uns nicht unseren Eindrücken hingeben und denken, naja, vielleicht hat Gott das und jenes gedacht. Nein, Gottes Wort offenbart, wie er denkt und offenbart, was für gute Gedanken er für mich und für dich hat. Zurück zu Jesaja 55. Also, wir sind immer noch in diesem Abschnitt, der letztendlich damit begründet wird, dass Gottes Wort solch eine Kraft hat. Weil also Gott Gedanken hat, die tiefer gehen, als wir uns das als Sünder vorstellen können. Und deswegen sagt jetzt in Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und erkehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Genau das ist ja etwas, was der Sünder normalerweise sich nicht vorstellen kann, dass Gott ihm persönlich vergeben möchte. Aber genau das ist der Inhalt von 5. Mose 30. Wenn Segen und Fluch über uns gekommen sind und wir in einem Land sind, fern von dem Herrn, verstoßen und zerstreut, dass Gott, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen und wenn wir von ganzem Herzen umkehren, dass Gott uns dort wieder aufsucht, uns dort aufsammelt. Und wenn, wie es heißt in 5. Mose 30, Vers 4, und wenn wir bis an das Ende des Himmels verstoßen wären. Deswegen sagt Jesaja, egal wo du bist, egal wie gottlos du bist, verlass deinen Weg, verlass deine Gedanken, kehre um zu dem Herrn, denn Gott wird dir vergeben, auch wenn du es nicht glauben kannst oder nicht glauben willst oder dir nicht vorstellen kannst, Gottes Gedanken sind höher, als du dir denken kannst, denn was er sagt, kann er tun, denn sein Wort ist wie der Regen und wie der Schnee und bewirkt das, was er gesagt hat. Und weil das so ist, dass selbst der verworfenste Gottlose noch gerettet werden kann, deswegen steht in Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist, denn wenn er nicht mehr da ist, dann ist auch die Kraft seines Wortes nicht mehr da. Solange er zu finden ist, kann das Wort Gottes seine Kraft noch ausführen. Solange er noch erreichbar ist, solange können wir das erleben, was er über uns geplant hat, was wir uns selbst gar nicht vorstellen können. Denn die Bibel sagt uns auch, es wird eine Zeit geben, wo diese Kraft nicht mehr zur Verfügung steht. Wir lassen unseren Finger noch in Jesaja 55 und gehen zu Amos Kapitel 8. In Amos 8 Vers 11 heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Es kommt eine Zeit, wo das Wort Gottes in seiner Kraft nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Deswegen sagt Jesaja, solange der Herr da ist, ruft ihn an. Egal wie weit ihr euch von Gott entfernt habt, kehrt zu ihm zurück, denn auch wenn ihr euch es nicht vorstellen könnt, wenn eure Gedanken zu limitiert sind, er hat Gedanken über euch, die viel tiefer gehen, weil nämlich sein Wort diese Kraft hat zu tun, was es sagt. Und das führt jetzt dazu in Vers 5, dass hier gesagt wird, siehe, du wirst dein Volk berufen, das du nicht kennst. Und dein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Und wenn wir das erleben, dass Gottes Wort uns so verändert und uns Kraft gibt, das zu tun, was es sagt, dann wird das auch eine attraktive Sache sein für Menschen, die Gott bisher nicht gekannt haben. Sie werden dann zu Gott kommen, weil er uns durch sein Wort, wie es hier heißt, herrlich gemacht hat. Und wenn wir also das erleben wollen, wenn genau das unsere Erfahrung sein möchte und vielleicht geht es dir genauso wie mir, lieber Freund, liebe Freundin, dass wir uns das so sehr wünschen, dass jeden einzelnen Tag das Wort Gottes diese Kraft in unserem Leben entfalten kann, dann gilt für uns die Einladung in den ersten vier Versen. Wohl an, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab? Für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich, auf das Wort Gottes. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Wenn wir den ganzen Abschnitt zusammenfassen, sagt Gott, wenn euch danach sehnt, wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr hungrig seid, wenn ihr durstig seid, wenn ihr nach dieser Gerechtigkeit haben wollt, die in dem Vers vorher, in Jesaja 54, Vers 17 beschrieben ist, kommt einfach her, hört mir zu, dann werdet ihr leben, denn solange ich da bin, ist noch Hoffnung für euch und diese Hoffnung ist größer, als ihr denkt, selbst wenn ihr gottlos seid, könnt ihr eure Gedanken und eure Wege verlassen, denn Gott vergibt euch auch dann, wenn ihr es nicht mehr glaubt, denn seine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Warum? Weil sein Wort, das er sagt, Kraft hat und bewirkt, was er versprochen hat. Wer immer zu seinem Wort kommt und ihm vertraut, wie sagt die Bibel in Hebräer 11 und dort Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er, also Gott ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen, dass Gott also auch tatsächlich etwas bewirken kann und so möchte uns Gott hier, wie er sagt, die Beständigen, den ewigen Bund geben, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind, wer das alleine zu Hause studieren möchte, kann in 2. Samuel 7, in Vers 15 und 16, auch den Versen vorher, sehen, dass damit die Verheißung des Erlösers, die Verheißung des Evangeliums gemeint ist, der ewige Bund, den Gott mit jedem Menschen schießen möchte. Also, schauen wir uns etwas genauer die Idee vom Wort Gottes an. Johannes 1, Vers 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus selbst ist das Wort Gottes. Wir lesen später in Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Jünger konnten berichten, dass sie etwas von diesem Wort betastet haben, vom Wort des Lebens, wie es in 1. Johannes 1 steht. Jesus ist die Kommunikation schlechthin. Er macht die Gedanken Gottes, die höher sind als unsere Gedanken, so viel der Himmel höher ist als die Erde. Diese Gedanken und Ideen Gottes macht er sichtbar und hörbar. Und dazu haben wir die Bibel, um diese Gedanken Gottes in Jesus feststellen zu können. In Johannes 5 und dort Vers 39, da sagt Jesus sehr deutlich, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint in ihnen, das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Wenn es also da Jesus unser Erlöser ist, der unser Schöpfer und Heiland ist und da Menschen nur durch ihn gerettet werden können, kann man Jesus, kann man es sich nicht erlauben, Menschen geistlich begleiten zu wollen, ohne ihnen das Wort Gottes nahezubringen und ohne sie selbst zum Wort zu führen. Denn wenn sie Jesus wirklich kennenlernen wollen, dann hier in diesem Buch. Jesus selbst sagt es in diese Schriften, die die Pharisäer eifrig studiert haben, die von ihm Jesus berichten. Und das zeigt uns auch, dass man über die Bibel reden kann und die Bibel studieren kann und die Bibel auch anderen weitergeben kann, ohne dass es dazu führt, dass Erlösung wirklich geschieht. Die Pharisäer waren ein Beispiel dafür, dass Menschen sogar sehr gründlich die Bibel studieren konnten, ohne Erlösung zu erleben. Denn Jesus sagt in Vers 40, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Denn die Bibel ist sozusagen das Mittel, durch das wir Jesus kennenlernen können. Aber wenn wir nicht zu Jesus kommen, dann bleibt es bei der Bibel allein und das wird uns nicht helfen. Wenn wir also das Wort Gottes weitergeben wollen, wenn wir Bibelstunden halten wollen, wenn wir Predigten halten wollen, nützt es nichts, wenn wir einfach beweisen wollen, was wir wissen über die Vergangenheit oder Zukunft, wenn wir zeigen wollen, dass wir vielleicht klüger sind oder wie gebildet wir in der Bibel sind oder wie fromm wir Bibelfersen auswendig gelernt haben, wenn wir das einfach nur demonstrieren wollen, wie die Pharisäer nützt es niemandem. Die Bibel ist dazu da, dass wir Jesus besser verstehen können, ihn kennenlernen können und durch ihn das ewige Leben haben können. Von Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe, durch das Wort entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das Wort Gottes, Jesus und damit auch das Wort Gottes, das sich in der Bibel offenbart, hat schöpferische Kraft. Durch dieses Wort, sagt die Bibel, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was es gibt, was nicht seinen Ursprung im Wort Gottes hat und das zeigt, wie allgemeingültig dann das Wort Gottes sein muss. Um das zu illustrieren, können wir auf die erste Seite der Bibel gehen, in 1. Mose 1 und dort ab Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde, aber die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und dann kommt dieser Vers, der auch in Jesaja 55 quasi mitgedacht werden muss, über die Kraft des Wortes und Gott sprach, es werde Licht. Wir haben hier eine Situation, wir haben Dunkelheit und Chaos, wir haben Finsternis, wir haben den Heiligen Geist, der sozusagen dort schon anwesend ist, aber es ist eindeutig dunkel. Und jetzt haben wir das Wort Gottes, das sagt, es werde Licht. Der Inhalt der Verheißung sozusagen, der Inhalt des Gebotes, der Inhalt dieses Wortes ist Licht, aber die Realität ist Dunkelheit. Und jetzt trifft das Wort Gottes auf die Realität. Nun, wenn das mit meinen Worten geschieht, wenn meine Worte auf die Realität treffen, wenn es irgendwo dunkel ist und ich sage, es werde Licht, wenn ich sage, das hier ist eine grüne Bibel oder so, wenn meine Worte auf die Realität treffen, wer gewinnt? Keine Frage, es ist die Realität. Die Realität wird immer stärker sein als meine Worte, aber nicht so mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes auf die Realität trifft, so dunkel und chaotisch und schlimm sie auch sein mag, zieht die Realität den Kürzeren und Gottes Wort schafft eine neue Realität. Das ist die Kraft, die Jesus hat und die Kraft, die sich in seinem Wort offenbart. Und deswegen sagt die Bibel so wunderschön poetisch in Psalm 33 über die Schöpfung. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Vers 6. Und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gottes Gebote sind niemals nur Anweisungen. Seine Worte sind niemals nur Theorien, sondern sie tragen in sich die Kraft mit, dass wenn wir sie annehmen, glauben, dass sie uns auch verändern. Der eigentliche Grund, warum wir so oft in unserem Leben schwach sind und warum wir so oft Niederlagen erleben, ist, dass wir uns nicht an das Wort Gottes klammern und nicht mit Jesus dauerhaft uns verbinden. Denn jedes Mal, wenn wir uns unter das Wort Gottes stellen, ist die Kraft Gottes da. Die Bibel sagt uns, dass dieses Wort nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern dass es hineindringt bis in unser persönliches Leben. Es hat diese Kraft nicht nur vor etwa 6000 Jahren gehabt, sondern diese Kraft ist ständig da. Und deswegen sagt die Bibel in Hebräer Kapitel 4 Vers 12, Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Sie haben mich früher gefragt, was bedeutet das mit dem zweischneidigen Schwert? Die Römer besaßen einschneidige Schwerter. Schwerter, die auf einer Seite geschliffen waren und scharf waren und tödlich schneiden konnten, auf der anderen Seite aber stumpf. So musste also ein römischer Soldat sich immer genau vergewissern, dass er auch mit der richtigen Seite kämpfte. Er musste geschult daran sein, das Schwert so zu führen, dass immer die richtige Seite auf den Feind traf. Aber die Barbaren, die Traker, die hatten ein anderes Schwert, darum feier. Und dieses Schwert war zweischneidig. Es war auf beiden Seiten scharf geschliffen. Das heißt, egal wie man dieses Schwert auch hin und her bewegte, egal von welcher Seite, von welcher Ecke man kam, man traf immer. Und genau das ist die Idee hier mit dem Wort Gottes. Es ist sozusagen auf jeder Seite scharf. Man muss nicht erst die richtigen Verse finden, die ins Herz gehen. Man muss nicht erst die richtigen Geschichten finden, sondern Gottes Wort ist überall vom Heiligen Geist inspiriert und kann uns und will uns und wird uns in unsere Seele und unseren Geist hineintreffen. Wer mit dem Wort Gottes arbeitet, der kommt in direkten Kontakt mit den Gedanken und Ideen und der Kraft Gottes. Nun, es heißt hier, dass Gottes Wort bis in die tiefsten Kammern unseres Herzens hineinkommt. So tief, wie selbst wir es gar nicht vermögen. Denn das steht nicht im Sendemanuskript, aber wir kennen den Vers. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wenn Gottes Wort also bis hinein in Mark und Gebein kommt, aber wir unser eigenes Herz nicht ergründen können, dann kann Gottes Wort uns besser helfen, als wir uns selbst. Woran liegt das? Schauen wir uns in 2. Petrus und dort Kapitel 1, Vers 21 an. Das hilft uns auch im Verständnis, wenn wir Menschen zu Jesus bringen wollen, wenn Menschen wirklich ein neues Herz bekommen sollen, dann reicht es nicht, wenn sie sich selbst beurteilen. Es reicht auch nicht, wenn wir sie beurteilen. Nur Gott kann sie beurteilen und zwar durch sein Wort. Wenn wir Menschen helfen wollen, wirklich die Sünde ihres Lebens an der Wurzel zu packen, müssen wir ihnen helfen, mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. Denn das Wort Gottes kann sie besser beurteilen, als sie sich selbst. Durch das Wort Gottes sehen sie, was sie eigentlich alles wirklich Jesus vorlegen müssen. 2. Petrus 1, Vers 21, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das Wort Gottes kann so tief hineinleuchten in unser Herz. Und ich denke, du hast es auch schon, lieber Freund, liebe Freunde, in deinem Leben erlebt, dass Gottes Wort so ganz deutlich Punkte anspricht in unserem Leben, wo wir uns vielleicht ertappt fühlen, wo wir merken, ja, das stimmt. Oder wo wir plötzlich überhaupt erst mal erkennen, dass wir Dinge tun, die Gott nicht wohlgefallen. Das liegt daran, dass hier nicht Menschen sprechen allein, sondern dass hier der Geist Gottes die eigentliche Quelle der Information ist, dass der Geist Gottes hier durch dieses Wort zu uns spricht. Denn von diesem Geist heißt es in 1. Korinther 2, und dort Vers 10, 1. Korinther 2 und dort Vers 10, Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also der Geist, der alles erforschen kann, der hat die Bibel inspiriert. Und wenn der Geist Gottes sogar die Tiefen Gottes erforscht, wie viel mehr ist in der Lage, unser Herz zu erforschen, das wir selbst gar nicht richtig kennen. Und dieser Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, der genau weiß, was Gott denkt. Und der auch weiß, dass wir uns selbst nicht kennen, aber der uns besser kennt als wir uns selbst. Genau dieser Geist spricht in diesen Worten zu uns, es gäbe nichts Besseres für uns, als wenn wir uns noch viel mehr Zeit mit seinen Gedanken und seinen Ideen beschäftigen, damit wir lernen, wie Gott über uns denkt. Und damit wir sehen, wie wir uns wirklich zu Gott stellen müssen. Und damit wir verstehen, was er für uns tun kann. Daran wird Gottes Wort übrigens auch erkannt, dass es nicht einfach nur eine bloße Theorie bleibt. In 1. Thessalonicher Kapitel 2 und dort Vers 13. Lesen wir in 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wenn wir für etwas besonders beten sollten, wenn wir Bibelstunden geben, Hauskreise haben, vielleicht einen Vortrag halten, dann, dass die Menschen, die uns zuhören, verstehen, dass das hier nicht nur menschliche Worte sind, sondern dass sie erleben, dass Gottes Wort in ihnen wirkt und sie dieses Wort als die Stimme Gottes zu ihrer Seele annehmen, weil dann Gott ihnen helfen kann, wie er ihnen sonst gar nicht helfen kann, weil dann nämlich er ihnen sagen kann, wie er über sie denkt und sie nicht mehr von ihren eigenen Gefühlen und Eindrücken sich abhängig machen. Aber Gottes Wort hat nicht nur schöpferische Kraft. In Hebräer 1 und dort ab Vers 1 heißt es, bis Vers 3, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, das zeigt uns auch, dass Gott sehr kreativ ist, dass er sehr vielfältig ist, dass er nicht immer nur eine Standardvariante hat. Wir sehen ja die Bibel, wie ausgesprochen vielfältig sie ist in ihren Stilen, in der Art und Weise, wie Dinge beschrieben werden, manche Dinge sehr ausführlich, manche Dinge eher grob skizziert, manche Geschichte und Poesie und persönliche Biografie und Ratschläge und Gleichnisse, Metaphern. Die Bibel ist voll von verschiedenen Ansätzen, damit, da wir Menschen alle sehr unterschiedlich sind, in der Art und Weise, wie wir lernen, jeder von uns etwas findet, das ihn ganz besonders anspricht. Nachdem also Gott auf so verschiedene Art und Weise gesprochen hat, wie es hier heißt, vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern, durch die Propheten, Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, das haben wir gesehen durch sein Wort. Vers 3, Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus hat nicht nur alles erschaffen durch sein Wort, sondern er erhält auch alles durch sein Wort. Wenn also alles durch Gottes Wort geschaffen ist und auch alles durch Gottes Wort erhalten wird, dann ist es Gottes Wort, das uns hilft, die Welt zu verstehen, in der wir leben, denn diese ganze Welt wird erhalten durch genau dieses Wort. Der Paulus sagt uns, dass das, was die Schöpfung betrifft, auf unser persönliches Glaubensleben zutrifft. Und dass das, was in der Schöpfung passiert ist, auch in unserem Herzen passieren kann. Die berühmte Passage dazu ist 2. Korinther 4 und dort Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht. Jesu Christi Gott hat damals gesagt, durch sein Wort, als der Geist Gottes da schon anwesend war, es wäre Licht und es wurde Licht. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Unser Herz mag dunkel sein, wüst, chaotisch, wirr, aber der Heilige Geist ist schon da, ohne dass wir es vielleicht merken. Und er wirkt schon an uns, sodass, wenn das Wort Gottes kommt und wir es annehmen, dieses Licht unser Herz durchfluten kann und verändern kann. Aber Gottes Wort schafft uns nicht nur ein neues Herz. Es heißt ja von Psalm 51, erschaffe mir ein reines Herz. Neues Herz, Gott kann das uns schenken, er kann es uns erschaffen, aber er möchte auch, dass es dort bleibt. Und so sagt uns die Bibel in Psalm 119 und dort Vers 133. Psalm 119, Vers 133. Da geht es jetzt darum, im Glauben zu bleiben. Da heißt es, mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Gott schenkt uns nicht nur ein neues Herz durch sein, seine schöpferische Kraft. Nein, er kann durch dasselbe Wort uns auch erhalten. Könnte es sein, dass wir in unserem Leben schon oft erlebt haben, wie Gott uns einen Neuanfang geschenkt hat. Dass er unser Herz neu gemacht hat, dass er uns neue Gedanken, neue Motive neu geschenkt hat, uns mit seinem Geist erfüllt hat, aber dass wir dann nicht an seinem Wort geblieben sind, dieses Wort vernachlässigt haben und unsere Kraft verloren haben, uns von dem Fundament wegbewegt haben, bis wir wieder so schwach waren, dass der Satan uns wieder in seine Fänge bekommen hat, bis wir so schwach geworden sind, dass wir wieder gefallen sind. Gott schenkt uns nicht nur immer wieder ein Neuanfang. Nein, er hat auch die Kraft, durch sein Wort uns zu halten, wenn wir ihm genauso das glauben, wie wir ihm glauben, dass er uns Sünde vergibt. Und so ist Gottes Wort viel mehr für uns, als wir vielleicht glauben. Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes leuchtend und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort zeigt uns die Prinzipien, damit wir unser Leben richtig gestalten können. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, können wir Gottes Wort fragen. In der ganz ähnlichen Gedanken sagt es ja auch das Neue Testament, 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Da geht es insbesondere auch um die Endzeitverheißungen und die Aussagen der biblischen Prophetie. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. In euren Herzen, es ist ein Licht, das uns zu Jesus bringen soll. Denn der Morgenstern, so könnt ihr selbst nachlesen, in Offenbarung 22, Vers 16, das ist Jesus selbst. Gottes Wort ist ein Licht, das in die Dunkelheit unseres Herzens hineinscheint und uns zu Jesus führt. Aber Gottes Wort ist noch mehr. Es gibt viele Symbole und Metaphern für das Wort Gottes. Jeremia 23 und dort Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Feuer ist ein großartiges Symbol. Wir haben heute hier nicht die Zeit, das ausführlich uns anzuschauen, aber ihr kennt vielleicht Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Das Wort Gottes ist ein Feuer. Gott selbst sagt, dass er ein verzehrendes Feuer, seine Liebe verzehrt die Sünde. Und sie zerschmettert Felsen. Wir wissen aus Hesekiel 36, dass das sündige Herz, das ohne Jesus lebt, beschrieben wird als ein steinernes Herz. Hesekiel 36, dort heißt es in Vers 26, Hesekiel 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben, das neu geschaffene Herz. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das böse Herz, das unbekehrte Herz ist aus Stein. Und Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Hammer? Das Felsen zerschmettert. Menschliche Worte und Argumente, Überzeugungsversuche werden nichts bewirken. Aber Gottes Wort kann menschliche Herzen zum Schmelzen bringen. Wenn wir den Eindruck haben, dass unsere missionarischen Bemühungen vielleicht fruchtlos sind, lasst uns darüber nachdenken, wie wir vielleicht viel deutlicher Gott selbst reden lassen können durch sein Wort. Er, der menschliche Herzen, die hart wie Steinsinn zerschmettern kann durch sein Wort. Er, der Sünde wegbrennen kann durch die Liebe, die er am Kreuz von Golgatha offenbart hat. Er, der Licht schenken kann, wo Menschen nur Finsternis sehen. Noch mehr Symbole werden uns in der Bibel genannt. In Lukas Kapitel 8, Vers 11. Wir haben ja schon das kurz angesprochen. In Lukas Kapitel 8 und dort Vers 11 wird das Wort Gottes als ein Same bezeichnet. Das Gleichnis, sagt Jesus hier, aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Und Samen sind vielleicht am Anfang sehr klein. Wir kennen vielleicht das Gleichnis vom Senfkorn. Das könnt ihr selbst nachlesen. In Matthäus 13, Vers 31 und 32. Das ist ein ganz kleines Korn, ein ganz kleiner Same. Aber es wird zu einem gewaltigen Gewächs. Und so ist auch das Wort Gottes. Es ist vielleicht bei der ersten Begegnung klein und unscheinbar, aber darin verbirgt sich das Leben Gottes. Viele Verse, die wir vielleicht für unscheinbar halten, für unbedeutend, für klein oder wenig wichtig, enthalten das Leben Gottes. Und wenn wir sie in unser Herz aufnehmen und dort die richtigen Bedingungen herrschen lassen, wenn wir die Steine dort rausnehmen lassen, wenn wir unser Herz vorbereiten und das Wort Gottes wirken lassen, dann kann das Wort Gottes wie ein Same seine ganze Kraft entfalten. Und das Reich Gottes wird schon in unserem Leben für Menschen um uns herum sichtbar. Noch ein Bild, das in der Bibel verwendet wird für das Wort Gottes, ist neben dem Samen, wir haben es schon angesprochen, auch das Brot. Jesus selbst sagt in Matthäus 4, Vers 4, als er in der Wüste versucht worden ist. Er beantwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir leben aus dem Wort. Wir brauchen täglich das Wort, so wie wir auch unser täglich Brot brauchen. Diese Idee, die Jesus hier zitiert, stammt natürlich aus 5. Mose. Aus 5. Mose, Kapitel 8, und dort Vers 2 und 3. Dort heißt es, Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manner, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Die Idee ist, Gott prüft uns. Er prüft uns, damit wir selbst erkennen, was in unseren Herzen ist. Er selbst kennt unsere Herzen, ja. Und der Geist kennt unsere Herzen, aber Gott führt uns in Situationen, in denen wir feststellen, dass wir schwächer sind, als wir gedacht haben. Gott führt uns in Situationen, in denen wir feststellen, dass wir bösartiger sind, als wir uns das selbst hätten eingestehen wollen. Er führt uns in Situationen, in denen unsere Geduld getestet wird und wir plötzlich merken, dass wir mehr brauchen, als das, was wir bisher gehabt haben. Jeder Test, jede Prüfung ist nicht eine Strafe Gottes, sondern sein Versuch, uns zu zeigen, dass wir noch viel mehr von ihm brauchen und wir uns ganz von ihm abhängig machen müssen. Wenn du in deinem Leben vielleicht gerade auch Versuchungen, Schwierigkeiten, Tests, Prüfungen erlebst, erinnere dich an diesen Gedanken. Jesus hat sich an diesen Gedanken geklammert und hat damit die Angriffe des Satans abwehren können. Gottes Wort ist für uns lebensnotwendig. Aber dieses Wort ist nicht einfach nur eine trockene Speise, die wir halt irgendwie runterschlucken müssen, weil wir sonst nicht leben können. Nein, Jeremia, der ja das Wort Gottes gut kannte, weil er ein Prophet war und Gott ihm selbst gesagt hat, dass er sein Wort in seinen Mund hineinlegt. Er hat Folgendes über das Wort Gottes gesagt. Jeremia 15, Vers 16, da sagt, bekennt Jeremia und sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. O Herr, du Gott, der Herr schon hast du diese Erfahrung auch gemacht, lieber Freund, liebe Freundin, dass du das Wort Gottes verschlingen könntest, weil es so schön ist. Je mehr wir uns dem Wort Gottes wirklich aussetzen, je mehr wir uns für Gott interessieren, sein Wort betrachten, nachdenken, überlegen, was es wirklich meinten, nicht einfach nur oberflächlich drüber gehen, sondern uns wirklich Gedanken machen, was möchte mein Heiland, mein Vater, was möchte der Geist mir jetzt mir sagen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann werden wir feststellen, dass dort Schätze verborgen sind, von denen wir nie geahnt hätten, dass sie dort sind. Und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, aber ich hätte nie gedacht, welche Schätze das Wort Gottes bereithält, bis ich nicht irgendwann angefangen habe, es selbst zu lesen, mir Gedanken zu machen, Dinge aufzuschreiben, anderen weiterzugeben. Und Gott hat mir in den letzten vielen Jahren, in einigen Jahren, so viele interessante Dinge gezeigt. Ich habe so viel über ihn lernen können, dass ich von Herzen sagen kann, ja, Gottes Wort macht wirklich Freude. Und ich bedauere es selbst, dass ich nicht mehr Zeit habe oder mir nicht mehr Zeit nehme, von diesem Wort noch mehr zu leben. Ich möchte dich ermutigen, lieber Freund, liebe Freundin, egal wie dein Leben gerade ist, egal wie so dein geistlicher Stand ist, nimm dir ein bisschen mehr Zeit für sein Wort. Nicht einfach, um kapitelweise zu lesen, sondern um wirklich nachzudenken, dass du das hier erleben kannst, was Jeremia erlebt hat, dass du sein Wort verschlingst, weil es dir zur Freude und zur Wonne wird. Schauen wir noch gemeinsam zu 2. Timotheus. Paulus schreibt hier an seinen jungen Mitarbeiter, der das Vorrecht hatte, die Bibel schon im frühen Kindesalter kennenzulernen. Es heißt hier in Vers 14 von Kapitel 3 in 2. Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Hier ist jemand, der kannte die Bibel so gut, dass es ihm zur Gewissheit geworden ist. Es gibt viele Menschen, die lesen viel die Bibel und sind trotzdem von Zweifeln geplagt. Aber Timotheus hatte die Bibel auf eine Art und Weise kennengelernt, dass er gewiss war, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, sollten wir das auch so machen, dass die Menschen Gewissheiten erlangen. Vers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Gewissheit wird nicht durch Manipulation erzeugt und schon gar nicht durch Druck, sondern Gewissheit im Glauben wird dadurch erzeugt, dass jeder Einzelne, auch der, der die Bibel kennenlernen soll, die Zeit bekommt, selbst Wurzeln zu schlagen in der Bibel und selbst das nachzuvollziehen, selbst zu verstehen, sich Gedanken zu machen und Jesus kennenzulernen. Der Timotheus hatte die Gelegenheit, das über einen langen Zeitraum tun zu können. Er kannte schon seit der Kindheit an die heiligen Schriften und Paulus sagt, diese Schriften, diese Bibel, in dem Fall ja das Alte Testament damals noch, da ist die Kraft drin, dass du das Evangelium richtig verstehst. Heute gibt es viele Vorstellungen, wie ein Mensch ewiges Leben haben könnte, aber die Bibel präsentiert das Original und jeder Mensch sollte die Gelegenheit haben, die Bibel selbst kennenlernen zu dürfen. Vers 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort verfolgt vier Ziele. Zum einen ist da die Belehrung, das heißt, Gottes Wort zeigt uns die Wahrheit, wie sie ist. Dadurch lernen wir Gott wirklich kennen. Dann ist da die Überführung. Dieses Wort, das hier im Griechischen steht, kommt nur selten im Neuen Testament vor und einmal in Matthäus 18, Vers 15. Matthäus 18, Vers 15, dort heißt es, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen, hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Da geht es also darum, persönlich auf die Sünde aufmerksam gemacht zu werden. Das Wort Gottes macht uns also persönlich auf die Sünde aufmerksam. Wenn wir die Bibel weitergeben, auch in Bibelstunden und Hauskreisen, sollten wir nicht nur die Lehre präsentieren, sondern helfen und zeigen, wie Gottes Wort uns persönlich über unser Fehlverhalten informiert. Und das mit einer ziemlichen Überzeugungskraft. Das Wort, das hier steht, gilt auch dann in Hebräer 11, Vers 1, als die Überzeugung. Und dann kommt das Wort Zurechtweisung. Das bedeutet wörtlich, das Wort steht nur hier, wieder etwas erneut begradigen. Also etwas, das schief geworden ist, wieder in die gerade Form bringen. Eine Wiederherstellung des geraden Zustandes, eine Korrektur. Das heißt, das Wort Gottes zeigt uns, wie Gott ist. Es zeigt uns auch, wie wir sind, wo unsere Fehler sind. Und dann hilft es uns, dass wir unser Leben mit Gottes Hilfe wieder begradigen können. Und dann kommt die Erziehung der Gerechtigkeit. Auch wenn wir jetzt wieder auf dem geraden, richtigen Weg laufen, müssen wir vieles lernen. Wir müssen im Glauben wachsen. Das ist eine Art Pädagogik. Das ist das Wort, das hier eigentlich auch im Griechischen dahinter steht. Eine Erziehung in den Prinzipien des Reiches Gottes. Und dann, wenn die Bibel genau diese vier Dinge für mich persönlich tut und auch für dich, dann wird sich Vers 17 erfüllen, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Paulus sagt uns, wenn wir die Bibel benutzen, wie wir sie benutzen dürfen und könnten, dann sind wir auf alle Situationen des Lebens vorbereitet. Das, was hier steht. Dann sind wir für jedes gute Werk ausgerüstet. Dann können wir all das tun, was Gott für uns vorgesehen hat. Vielleicht nicht alles, was wir uns selbst ausdenken, aber alles, was Gott uns aufträgt, auch in der Mission, können wir tun, wenn wir Gottes Wort so studieren, wie es hier in Vers 16 steht. Und das ist nicht schwer. Man braucht da weder Griechisch, noch Hebräisch, noch Aramäisch, noch irgendwie systematische Theologie. Man muss zuhören zu dem, was der Heilige Geist mir persönlich sagt. Wir überspringen Johannes 17. Das könnt ihr euch im Sendemaskript nochmal anschauen. Und auch die Verse dort lesen, sind sehr wichtig, denn gezeigt wird, wie sehr das Wort Gottes wichtig ist, damit wir geheiligt werden in dieser Welt, die so viel Widerstand gibt. Aber wir gehen jetzt direkt zu 2. Mose 19. 2. Mose 19 Und dort Vers 4 bis 6. 2. Mose 19 Und dort Vers 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Kindern, an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gott gibt hier seinem Volk einen Missionsauftrag. Sie sollen eine heilige Nation sein, mitten in dieser dunklen, bösen Welt. Das ist genau das, was Jesus in Johannes 17 gesagt hat, dass Gott sie nicht aus der Welt hinwegnehmen soll, sondern dass sie in der Welt sein sollen als heilige Menschen, so wie das Volk Israel hier. Und hier sehen wir, worin das bestand, wenn sie auf meine Stimme, Gott sagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken werdet, wenn sie also das Wort Gottes beachten werden, denn Gott hatte ihnen sein Wort gegeben. Und deswegen sagt Johannes 17, Jesus auch in Johannes 17, können wir vielleicht doch noch kurz hier lesen, in Johannes 17 und dort Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das, was das Volk Israel zu einem heiligen Volk machen sollte, war das Wort Gottes. Deswegen sagt Paulus in Römer 3, dass der Vorzug der Beschneidung vor allem daran bestand, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Das, was uns zu einem heiligen Volk in dieser dunklen Welt, in der Endzeit macht, ist, dass wir das Wort Gottes haben, es verstehen dürfen und anderen weitergeben dürfen. Es ist das Wort, das uns heilig macht, nicht unsere Geburt oder unsere eigenen Ideen. Und so müssen wir die Verheißung Gottes auf uns persönlich anwenden. In 2. Korinther, Kapitel 1, steht, dass alle Verheißungen in der Bibel ihre Erfüllung in Jesus finden. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das ist Jesus, ist das ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wenn du in der Bibel eine Verheißung findest, ein Versprechen, das Gott gegeben hat, dann frag dich nicht, ob es auf dich zutrifft, sondern glaube, dass Jesus, weil er dich liebt und dich gerne retten möchte, diese Verheißung für dich gedacht hat und sie in dir erfüllen möchte und kann, weil seine Pläne und seine Gedanken höher sind und seine Kraft in seinem Wort ganz anders als in unseren Worten. Diese Verheißungen sind unglaublich kostbar. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, wenn wir Menschen das Wort Gottes weitergeben, dann hoffentlich nicht nur als eine Ansammlung an Wahrheiten, die alle korrekt sind, sondern als etwas, das dem Menschen im Alltag hilft, ein Glaubensleben zu leben, nämlich indem wir ihnen die Verheißungen Gottes zeigen, das, was er uns versprochen hat, woran wir uns klammern können, denn alles, was wir brauchen, um christlich leben zu können, steckt in seinem Wort und in Jesus erfüllt sich jede einzelne Verheißung. Sie alle sind an Jesus gebunden und wenn wir Jesus annehmen, an Jesus glauben und ihn zu unserem Erlöse haben, gelten die Verheißungen uns. Nur um ein Beispiel zu nennen, ganz besonders berühmte Verheißung, die auch in meinem Leben mir schon wirklich, wirklich viel bedeutet haben, in 1. Johannes Kapitel 1 und dort ab Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, wenn wir uns dorthin begeben, wo Gottes Licht ist, wo sein Wort ist, wenn wir uns durchscheinen lassen, unsere dunklen Herzen von dem Licht, dann kann Gott uns, wenn wir ihm das glauben, uns von aller Sünde reinigen. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und solche Verheißungen, es ist so wichtig und so wertvoll, solche Verheißungen zu kennen, aufzuschreiben, vielleicht auswendig zu lernen, sich Notizen zu machen, und sie zu unterstreichen, dass wenn man vielleicht in einer Krisensituation das Wort Gottes durchblättert, schnell solche Verheißungen findet, die einem zeigen, wie Gott wirklich über mich denkt. Nichts ist so wertvoll, wie solche Verheißungen weiterzugeben und so zu erklären, dass jemand, der Gott noch nicht besonders gut kennt, sie ergreifen kann und begreifen kann und damit Gott näher kommen darf und Erlösung erleben darf. Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Die Bibel ist voll von solchen Verheißungen. Schauen wir zum Schluss in den Hebräerbrief und dort in Hebräer Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4 und dort Vers 1, so heißt es, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Im Kontext, in den Versen vorher, am Ende von Kapitel 3, hat Paulus über die Israeliten gesprochen, die aufgrund ihres Unglaubens nicht in das Land Kanan hineingehen konnten, obwohl sie auch das Evangelium gehört haben. Vers 2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das Wort Gottes kann seine ungeheure Kraft nur dann entfalten, wenn wir ihm auch glauben. Nur wenn wir Jesus glauben, können seine Worte uns verändern. Nur wenn wir Gottes Wort für wahrhalten, ernst nehmen, uns zu Herzen nehmen, nur dann kann es unser Herz auch verändern. Die Israeliten der ersten Generation haben das Evangelium gesehen und gehört, nicht geglaubt und sind in der Wüste gestorben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht nur als Theorie weitergeben, sondern durch unser Beispiel und durch unsere Erklärung anderen Menschen versuchen zu helfen, was es bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen. Sie ermutigen, diese Verheißung zu testen, Gottes Wort auszuprobieren, ihm mehr und mehr zu vertrauen, mehr und mehr Gewicht auf seine Verheißung zu legen und zu erleben, wie Gottes Wort trägt. Die Bibel sagt uns, dass der Unglaube Jesus sehr einschränkt. Es gibt Geschichten in den Evangelien, vor allem in Nazareth zum Beispiel, wo es heißt, dass Jesus wenig Wunder tun konnte wegen ihres Unglaubens. das Wort Gottes, so machtvoll wie es ist, findet eine Schranke von seinem Herzen, wenn dort der Unglaube regiert. Aber auch wenn wir vielleicht Zweifel haben und wenn wir Probleme mit Glauben haben, dann dürfen wir zu Jesus kommen, wie wir sind und ihn bitten, dass er diesen Unglauben nimmt. Das macht er gerne. Und das wird er in jedem Fall tun. Dazu haben wir die Verheißung. Zum Schluss, ganz zum Schluss noch, einige letzte Ideen, wie wir das Wort Gottes weitergeben können. Zunächst einmal Jesaja 50 und dort Vers 4. Jesaja 50 und dort Vers 4. Das heißt es, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wenn wir selbst als Jünger Gottes, als Jünger Jesu, das Wort Gottes in der Morgenandacht vernehmen, dann können wir auch wissen, wie wir anderen das Wort Gottes erklären können. Prediger 3, Vers 1, haben wir dieses Prinzip, dass es für alles eine Zeit gibt. Da ist es in Prediger 3 und dort Vers 1, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Was bedeutet, dass nicht jede Wahrheit zu jedem Zeitpunkt gesagt werden sollte, sondern dass sich Wahrheit auch Stück für Stück entfaltet. Wir müssen verstehen, was jemand jetzt gerade begreifen kann. Jesus hat selbst gesagt in Johannes 16 und dort Vers 12, ein sehr wichtiger Gedanke hier, wo Jesus sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Liebe Freunde, wenn Jesus wusste, dass es manchmal besser ist, bestimmte Wahrheiten zurückzuhalten, sollten wir nicht denken, dass es ein Akt des Glaubens ist, wenn wir alle Wahrheiten auf jemanden überschütten und dann sagen, naja, dann soll der Heilige Geist den Rest machen. Jesus selbst, der mit dem Heiligen Geist kooperiert hat, hat manche Wahrheiten zurückgehalten bis zum richtigen Zeitpunkt. Und so sollten auch wir das Wort Gottes nicht so weitergeben, dass wir alles irgendwie auf ein DIN-A4-Traktat quetschen und dann einfach so weiter verteilen, sondern wir sollten uns Mühe geben, das Wort Gottes Schritt für Schritt so zu erklären, dass Menschen es auch wirklich annehmen und begreifen können. Gott offenbart sich seinem Volk Stück für Stück. Er hat sich selbst Abraham, Isaac und Jakob nicht mal mit seinem eigenen Namen offenbart, das sagt er dem Mose. Wenn Gott sich also in der Geschichte Stück für Stück offenbart, dann dürfen wir auch es Menschen, die Gott kennenlernen wollen, zugestehen, dass sie Stück für Stück die Wahrheit erleben dürfen und erfahren dürfen, damit sie auch mitwachsen können. Das ist ein sehr wesentliches Prinzip. Aber das soll nicht heißen, dass es Situationen gibt, in denen wir gar nicht über Gottes Wort reden, sondern eben nur das Angemessene. Denn die Bibel sagt uns, dass wir zu jeder Zeit bereit sein sollen, das Wort Gottes weiterzugeben. In 2. Timotheus Kapitel 4 und dort Vers 2 lesen wir, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadele, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ja, wir haben zum Teil sehr unangenehme, unpopuläre Wahrheiten, aber wir sollen sie präsentieren mit aller Langmut, das heißt mit viel Geduld. Nicht in einem Stil, mit dem wir Leute vielleicht unter Druck setzen oder irgendwie sich verurteilen. Nein, mit viel Geduld und mit Belehrung. Das heißt, wir sollten nicht so sehr den Fokus auf die Fehler der Menschen legen, sondern vielmehr auf die Wahrheit, auf die Schönheit der biblischen Lehre. Wenn wir mit viel Geduld und einem Fokus auf der schönen Wahrheit und der klaren Wahrheit der Bibel auch unpopuläre Wahrheiten weitergeben, dann erfüllen wir Gottes Wunsch in dieser Hinsicht. Als allerallerletztes Lukas 24, Vers 27 Es gibt keine bessere Methode, als das Wort Gottes weiterzugeben, wie Jesus es getan hat. Ihr kennt das wahrscheinlich. Es heißt hier in Vers 27 Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte in allen Schriften, legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das ABC des Bibelstudiums gilt auch, wenn wir Bibelstunden geben. A wie alle Schrift, jedes Thema sollte aus der gesamten Bibel besprochen werden. Nicht nur aus einzelnen Passagen, aus einem Buch vielleicht, sondern ein Gesamtüberblick. Die Bibel erklärt sich nämlich selbst. Zweitens, wir sollten systematisch vorgehen. Wenn man zum Beispiel den Sabbat studiert, lohnt es sich in 1. Mose 2 anzufangen. Wenn man den Zustand der Toten und die Sterblichkeit des Menschen und die Natur des Menschen anschaut, dann lohnt es sich in 1. Mose 2 Vers 7 anzufangen und so weiter und so fort. Und also systematisch, damit die Fundamente klar sind und dann C, Christus im Zentrum. Was immer wir präsentieren, ob es die Lehre vom Millennium ist oder die dritte Engelsbotschaft, ob es die Botschaft von 1844 ist, ob es die Botschaft der Wiederkunft ist, ob es die Botschaft vom Heiligtum ist, was immer wir präsentieren, oder die Schöpfung. Christus und er als der Gekreuzigte sollten Zentrum dieser Botschaft sein, sollten sich darum drehen. Jede Predigt, jede Bibelstunde, jeder weitergegebene Gedanke sollte irgendwo etwas auch über Jesus enthalten, weil er unser Retter ist. Alles, was im Wort Gottes steht, soll uns letztlich zu ihm führen. Wir können von Jesus lernen und lasst uns von Jesus lernen, das Wort Gottes so weiterzugeben, wie wir es von ihm empfangen haben und wie er das hier uns vorgemacht hat. Möchtest du, lieber Freund, liebe Freundin, Gottes Wort noch besser verstehen? Wünschst du dir, es noch genauer zu studieren und Gott noch besser kennenzulernen, noch mehr persönliche Erfahrungen mit dem Wort Gottes zu machen? Und möchtest du dann auch dieses Wort weitergeben, anderen helfen, solch eine schöne Erfahrung mit dem Wort Gottes zu machen, diese Kraft zu erleben, die in seinem Wort ist? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Nächste Woche werden wir hier uns dann wiedersehen. Dann wird meine liebe Frau Bär das nächste Thema halten. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium und weitergeben des Wortes Gottes. Amen. Vertraue und glaube,